ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ähm, ich möchte mich hiermit beschweren, ich habe mit 500 Schaden. Goldhilfe. Hier, warum hat der immer so schnell Schaden gemacht? Das hier ist übrigens die Noof-Runde. Sollte ich meine Downloads im Hintergrund ausmachen. Deine Porta-Downloads, Donald. Absolut. Was heißt denn hier Noof-Runde? Das nennt sich Trainingseinheit. Ich brauche übrigens trinkend Heilung, danke. Wie Roadtruckteil bist du unabhängig von deinen Medics. Und vor allem kannst du sie sterben lassen, wenn das nicht stört. Mal haben sie den Schaden vom Best-Bringer-Nerv. Nein. Alter, diese scheiß Sombra. Er ist einfach zur Zeit nicht so stark. Oben rechts, Willowmaker. Also einfach von dem, wie die anderen die Gute sind. Ich grotz hier die ganze Zeit irgendwie auf den einen drauf, wo die normalerweise umgefallen sind vorm Vierteljahr. Ja, der Schaden ist aber tatsächlich noch der gleiche. Den haben sie nicht runter, soweit ich mich erinnern kann. Bin schon wieder gehackt, ich will nicht mehr. Dank für die Heilung. Wow, okay. Hat sich. Oh, schön. Ja, ähm. Toll. Ich komme, ich muss bloß die Treppe finden. Ich hab meine Ulti, kann ich aber nicht benutzen, weil ich schon wieder gehackt bin. Naja, die ist ein wenig nervig, die Gute. Ach, was ist doch nicht dein... Oh, ja, jetzt werde ich gehackt. Ist klar. Ich... Ich... Ich stemm nur noch. Der ist gut. Ja, ne, ist klar. Kommst du aus dem Spawn raus, Roltock zieht dich ran ins den Tod. Ja. Ja, oder? Kürzeste Runde ever. Aber sowas von. Ich hasse Roltock wie die Pest. Oh, schön. Danke, Senjata. Ah, doch tatsächlich heute Morgen. Spürt die Heilende Ruhe. Ja, da habe ich gerade auf ihn geschossen. Dann wurde ich irgendwie herangezogen und... Naja. Der Rest hat sich dann sogar erledigt gehabt. Ja, Senjata, ähm... Roltock ist einer der besten Kombis zur Zeit. Was man damit anstellen kann. Aha. Eigentlich Roltock ein Abbot geben ist eigentlich... Ja, das war ja eine super Runde. Das war... Es hat gereicht, meine Box zu bekommen. Ne, bei mir nicht. Da fehlen irgendwie noch 500 oder so. Gab nur 1000. Als Team fortfahren. Äh... Brauchen wir nicht. Wir sind ja schon in einer Gruppe. Ja, die Rückrunde, Leute. Vielleicht diesmal mit einer besseren Helden- Beziehung. Ja, die haben ja voll... ... Serious gespielt. Was sollte das? Machen Sie sich bereit zum Angriff. Wählen Sie Ihren Helden. Was gibt's denn heute für dieses Angriff? Roltock, oh, wie ein Wunder. Find ich gut, find ich gut. Noch ein zweiter Heiler wär schön. Aber dafür haben wir eigentlich auch Randy Notfalls. Wenn Philipp den zu heute spielt, spiele ich Ihnen hier. Kinder. Oder willst du den Soldiers spielen, Max? Mir ist das wursch. Ich hab darauf gewartet, was ihr so zusammen spielt. Was soll das denn jetzt? Na okay, können wir machen. Was denn? Drei Tanks? Das ist okay. Könnte sein, dass wir zu wenig Amarsch haben. Das könnte natürlich sein. Ah, okay. Das geht's nicht mehr. Das geht ja hier schon wieder nicht. Na, 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 na. Okay. Mercy. Muss in Gewalt immer die Lösung sein. Finde ich hier gut. Ah, okay. Ich muss selber erst mal gucken, was ich hier alles ausgerüstet habe bei ihr. Was haben wir denn überhaupt? Ähm. Ähm. Ach hier. Nee, komm, jetzt. Das ist ja witzig. Disco, Disco. Oh, geil. Stopp, ich will zuerst den Headshot von Kempten in Han Solo bekommen. Lass dich vor. Oben links. Ja, komm. Ah, da ist er. Ah ne, das ist ein Kempten Roadhog. Auch gut. Hier geht's nicht durch. Auch gut. Ah, sie hat der Roadhog. Das ist so göttlich. Alles, was halt gedichtscored ist, kann ich one-shotten. Oh mein Gott. Aber unsere Wege sind kürzer, von daher hat sich das ja schon gelohnt. Ach, ist das deine Aussage von ich bin reingeranzt und gestorben? Na, ich hab den Hanso unbedingt noch kriegen wollen und ich hab den Hanso auch gekriegt. So ist nicht. Bis heute so toxisch, so salzig. Wie sagt man in dieser Szene? Tolti. Tolti trifft schon. Gott, Alter, dein Ernst. Aber ich würde das einfach als reine Brustwilligkeit beschreiben. Na eben, aber das ist ja nicht schön. Ja, du, der böse Set ist ja auch nicht schön. Voll lustig. Auch das nicht. Naja. Jetzt, ich werde geblitzt, Dings. Ich neige halt manchmal zu exzessivem Zynismus. Ähm, über uns ist rein Affe. Der ist tot. Oh. Danke für die Heilung. Bitte, bitte, bitte. Dafür bin ich ja da. Schließlich bin ich ja Heiler. Wer rennt denn da so drinnen weit rum? Ich! Ich hab die Leute einfach wieder reingezogen, sodass ihr durch die Tür gekommen. Du hast dich getroffen, ich hab's gesehen. Wurde aber leider gehackt, sonst hätte ich meine Ulti gezündet. Dann hätten wir wahrscheinlich ein bisschen besser was hinbekommen. Aber es sieht so aus, als wären wir schon weiter drin als vorher, oder? Ich geh da mal. Nee. Du bist ja mal hier vorne. Also wir waren bald kurz drin, da hat uns Roadhog wieder fröhlich rausgeholtet. Affe greift mich an. Komm mal, Tocke. Okay, die Selbstschussanlagen sind schon mal weg, ja? Naja, die ist... Leider werden die recht schnell respawnen, aber es ist schon mal etwas. Na, da haben sie sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Waren sie nicht beschäftigt genug. Nein! Kann ich meine Ulti für mich selber verwenden? Ähm. Die Mauer ist schon wieder hinter mir, ne? Krieg kaputt. Die ganze Zeit. Immer wenn ich irgendwas mache. Sofort eingemauert. Ja, Trump greift um sich. Ja, sind alle so Trumpig heute. Diese Trumpeltiere. Bisschen Trumpen. Äh, Donald Trump und wie hieß jetzt sein... Irgendwer hieß doch jetzt, äh... Mickie... Mickael, den er eingestellt hat. Mike, Mike, Pence? Oh, ne, nicht euer Ernst! Doch in Ruhe! Ähm. Ich glaube, irgendwann... Ich hab meine Ulti ready. Wo bist du denn? Da. Ja, dann los. Das war jetzt blöd. Ja, er hat Sachen getötet. Alles gut. Auf dem Ziel steht mein Name drauf. Naja, äh... Glaubt ihr... Lassen den Punkt. Naja... Da ist der Affe. Hier kommt ihr nicht los! Leider auf! Leute! Das waren dann alle! Naja, auf dem Punkt. Nicht mit allen Gegnern... Aber den Punkt hatten wir doch schon! Ja, aber da sind die Gegner. Ne, war da wahnsinnig! Doch! Schon! Was? Nein! Wir waren nur nicht alle mit dir zusammen in den Raum! Was auch unser Tod gewesen wäre! Ja, aber dahinter war doch auch... Apropos Tod! Ich stand hinter dir und hab reingeschossen. Da ist ein Lucio! Ein lebensbütes kleines... Hinter-und-Zolder! Heilknäuel! Irgendwo... Ah, da! Verdammt! Ich habe zwar erst 6 Kills, aber ein Haufen Schaden... Das ist schön! Danke! Ja! Mir stirbt ja sowieso keine Masse, hab ich das Gefühl. Naja, ich bin ziemlich dick! Also, so gesehen, wenn ich hier sterbe... Hast du ne gute Masse! Jaaah, okay! Tata 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 tta tsch! Was haben wir denn in einem feines Team... Die Mail! Die Mail ist gerade tot, ne? Fuck! Gott sei Dank. Ich dachte, ich rette dich da mal kurz. Ja. Okay. Hat sie nicht interessiert. Schade. Hat so ein Bastion. Kann ich grad nicht holen, ich bin gehackt. Nein. Nein, 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 nein. Da kommt's, irgendwo ist er. Wo ist er? Bastion, Vorsicht! Na, jetzt haben sie den Beast, jetzt ist's Quatsch. Wo ist er schon wieder in die Serie? Hast du denn ein Visier? Oh, nee. Jetzt haben sie natürlich Explosionsschaden genommen. Wie blöd. Wie blöd, die Pharah? Diese Wiederbelebung war... Ja, sorry, ich dachte, da liegt noch mehr, dass da mehr gestorben sind als einer. Ich bin grad gerespawned vor ne Sekunde. Oh, wie süß. Oder zwei, oder fünf, oder sowas halt. Hm. Aua. Das tat weh. Oh, wir haben nicht einen Millimeter bekommen, ey. Oh, die Pharah gehen mir auf den Sack. Vielleicht sollten wir uns nochmal sammeln. Meins? Nee. Finde ich ja Quatsch. Tja, ich hab grad die Verbindung verloren. Ha, jetzt haben wir wen zu beschuldigen. Moment. Hm. Das Spiel wird ausgeführt? Nein, das Spiel hab ich grad beendet. Ah, jetzt. So. Ist dir leider schon jemand hinterher gejoint. Hm. Innerhalb von einer halb Sekunde wurdest du sofort ersetzt. Hm. Tja. Und ja, im Nachhinein hätte ich das vielleicht besser formulieren können. Ja. Ja. Einer wird bald durchhucken. Ja. Ja. Ich hätte meine Ulti. Würden wir alle mit Gewalt drauf gehen. Na dann. Wir stehen. Du denkst etwas gehört. Ich bin vorkommen. closer. Ge keerreks THEY Fahrer leider nicht gekriegt. Ha, erstes geclimperkt. Das können wir nur noch zweimal machen. Hä, wo ist der Rest? Ah, wo seid ihr alle? Der Tod. Wieso seid ihr denn tot? Ist dir das Konzept des Todes bekannt? Ja, aber warum? Wir werden in diesem Zustand aufgrund von Schaden. Ja, aber was ist denn passiert? Daniel, könntest du bitte heute irgendwie mal sinnvolle Informationen sagen? Ich hab euch im Visier es passiert. Meile Güte, gib mir das auf den Sack. Der beste Restchen hat ihn dann. Ich hab den Abruf hier nicht. Hehehehe. Weiz. Ich hab mal ne Ulte hier bei dir. Oh, der beste möchte ulten. So geh doch rein. Action! Da jedes Mal die selbe Scheiße, dann bumst die mich da runter, die dumme Bitch! Jetzt wird's massiv! F*** Fuck you!! Na, geht doch! Es hat aber gereicht uns, da ist die Verlangsamte. Toll, jetzt kriegt ihr kommt ja den Weg nicht. Wieso? Achso, du wirst nicht dabei. Entschuldige mich. Mojo. Ja Mojo. Wollten sie euch aussperren? Oder mich aussperren? Ah ne, das ist es gar nicht. Diese Last-Hit-Hure. Nein, Schatz. Ach, ich hab die Selfie-Karte. Ich hab doppelt so viele Heidungen. Ewisch. Ich mach das alles nicht für den Ruhm. Nein, natürlich nicht, Philipp. Ich doch nicht. Möchtest du mich nochmal in die Gruppe einladen? Ja, wir gehen erstmal kurz zurück raus. Aber auch ne Lootbox. Und machen die Tomb-Tox auf und dann kannst du dich einladen. Ahohoi. In der Zuschauer, hallo? Hallo. Oh, ich hab nochmal den Mercy-Skin. Na gut. Zwei legendäre... Ich geh kaputt. Du alte Bitch. Könnt ihr mich bitte alle mal... Einmal Geld und... Einmal Geld. Symmetra-Architekt. Und einmal Symmetra-Architekt. Hast du den schon, oder? Nein. Das heißt, ich hab nicht mehr Geld für bekommen. Du bist doch ein schöner. Ich hab schon Symmetra-Skin. Ich brauch kein Schirm. Ist for Honor realistisch. Was? Ja, die Leute haben zwei Arme und zwei Beine. Das wird ja wohl zählen. Also für alle, die sich wundern. Nein, ich hab nicht irgendwie gerade erfahren, dass meine ganze Familie tot ist. Ich bin einfach so heute normal so drauf. Ganz cool. Entschuldige mich dafür. Ich mag dich so, wie du bist. Echt? Ja. Echt? Warte jetzt. So dieses Entsetzende. Was? Könnte ich mich jetzt so nicht anschließen? Na gut, Leute. Dann war's das erstmal für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen lassen. Hey, du hast ihn auch aufgenommen? Na klar. Habe ich was Heiliges gesagt? Nur. Sobald du den Mund aufmachst. Ciao. 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 Ciao.